Eine Kofferraumladung Stühle führt Holger Biermann zum Pulheimer Walzwerk. Diese Sitzschale ist ein ganz bekannter Stuhl. Das ist nämlich der sogenannte Formsitz aus dem Jahr 1952 von der Firma Flöte-Otto. Wir kennen alle aus der Grundschule mit diesem Dreibeinholzgestell, drehbar obendrauf. Moment, Moment. Drehen, drehen, drehen. Drehen. Ja, kommt hoch. Ja, wird auch schon. Wie hoch willst du noch sitzen? Der knackt was, ne? Pass auf, Danis. Ja, dann ist los. Hallo. Willkommen. 2, 4, 6 Stühle, 50 Euro pro Stuhl sind 300. Das ist mein Start. 330 Euro von mir. 350. Ich geb ihm 400 Euro. Ich mach mal noch 440. Gut, ich mach mein letztes Gebot 500 Euro. Dann machen wir das. Machen wir das? Dann vielen Dank. Ja, bitte. Danke auch. Danke. Danke.